Welches Panel eignet sich eigentlich am besten für uns Gamer oder Creator? VA, TN oder doch IPS Panel? Was sind die jeweiligen Vor- und Nachteile? Dies und vieles mehr erfährst du nach dem Intro. Den meisten Gamern und Creatoren ist durchaus bewusst, dass es Monitore in unterschiedlichen Größen und Auflösungen gibt, wie zum Beispiel Full HD, WQHD oder 4K. Ebenfalls, dass man zwischen matten und verspiegelten Displays unterscheidet. Auch wichtige Eigenschaften wie eine 144Hz Bildwiederholrate, schnelle Reaktionszeiten oder 3D-Darstellungsmöglichkeiten sind im Gaming-Bereich weit verbreitet. Rund um diese Themen habe ich übrigens bereits auch schon eine Monitor-Kaufberatung gemacht, welche ich euch oben rechts meine Infokarte verlinke. Wenn es hingegen aber um die passende Panel-Technologie geht, ist der durchschnittliche Nutzer jedoch eher überfordert und ratlos. Und genau dem werden wir mit dem heutigen Video entgegenwirken. Die drei häufigsten Panel-Typen bei Gaming-Monitoren sind VA, TN und IPS-Panel. Dabei gilt, je größer das Budget beim Monitor kauft, desto mehr Auswahl hat man selbstverständlich auch. Wer zum Beispiel einen Gaming-Monitor unter 150 Euro sucht, der wird wohl kaum um ein TN-Panel herumkommen, da diese Panels am günstigsten sind. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass TN-Panels jetzt schlecht sind, denn jede Panel-Technologie hat so seine Vor- und Nachteile. Welche das sind, darauf gehen wir jetzt mal etwas näher ein. Beginnen wir mit dem TN-Panel, auch Twisted-Nametic genannt. TN-Panels sind die schnellsten Displays und haben sich daher auch gerade bei High-Speed-Gaming-Displays durchsetzen können. Durch die extrem schnelle Reaktionszeit und schnellen Bildwiederholrad eignen sich TN-Panel hervorragend für schnelle Shooter und kommen auch oft beim Compatite Gaming zum Einsatz. Da diese Panels auch am günstigsten in der Herstellung sind, sind diese Monitore auch auf dem Markt am häufigsten anzutreffen. Nachteile sind allerdings der schlechte Blickwinkel und die eher schwachen Farb- und Kontrastebenen. Aufgrund seiner Probleme mit der Darstellungsbeständigkeit und der Farbgenauigkeit für realitätsnahe Darstellungen in Relation mit den anderen Displaytypen in diesem Vergleich, ist das TN-Panel weniger geeignet für Creator und generelle Anwendungen im Designbereich. Kommen wir nun zum VA-Panel, auch Vertical Alignment genannt. VA-Panels können mit hohen Kontrastwerten und einer sehr guten und natürlichen Farbwiedergabe überzeugen. Auch der Blickwinkel ist deutlich besser als bei einem TN-Panel. Nachteile sind hier allerdings ganz klar die erhöhte Reaktionszeit, sodass es bei schnellen Shootern auch mal zu einer schlieren Bildung kommen kann, was sich natürlich negativ auf das Spielerlebnis auswirkt. Daher sind VA-Panels perfekt für Game geeignet, welche eher AAA-Singleplayer-Spiele spielen und dabei die Ultra-Settings anstreben, um das Spiel in seiner vollen Pracht genießen zu können. Denn durch die sehr gute Farbwiedergabe wird in puncto Bildqualität im Vergleich zu den TN-Panels nochmal eine ordentliche Schippe draufgesetzt. Kommen wir nun zu den IPS-Paneln, was für In-Plane-Switching steht. IPS-Panels bieten die beste Farbtreue und Blickwinkelstabilität. Gerade für Creator, welche viel Bild- und Videobearbeitung machen, sind diese Panels perfekt geeignet. Aber auch für Gamer sind IPS-Panels durchaus interessant. Denn das Besondere an der Stelle ist, dass IPS-Panels genau wie TN-Panels auch eine enorme Bildwiederholrate bis zu 240Hz zulassen. Somit sind IPS-Panels die eierlegende Wollmilchsau, da sie im Endeffekt die Weiterentwicklungen von VA- und TN-Panels sind und so beide Vorteile miteinander kombinieren. Dies schlägt sich allerdings auch in einem deutlich höheren Preis nieder. Nichtsdestotrotz ist gerade für YouTuber oder Streamer, die über das nötige Kleingeld verfügen, ein IPS-Panel ein absolutes Must-Have. Nachteile sind hier ganz klar der höhere Preis, denn IPS-Panels sind von den drei vorgestellten Panel-Technologien am teuersten. Außerdem verbrauchen IPS-Panels auch ca. 15% mehr Strom als VA- oder TN-Panels. Dies kann aber auch je nach Modell und Preisklasse stark variieren. Fassen wir kurz zusammen. Bei wem Geld keine Rolle spielt, der sollte ganz klar zu einem IPS-Panel greifen, da es sowohl die beste Bildqualität als auch eine hohe Bildwiederholrate bis 240Hz bieten kann. Allerdings kann ein teurer TN-Monitor immer noch besser sein als ein günstiger IPS-Panel. Das darf man auch nicht vernachlässigen. Hat man also eher ein kleines Budget, kann man bedenkenlos zu einem TN-Panel greifen, gerade wenn man sowieso eher überwiegend schnelle Shooter zockt. Hat man hingegen ein mittleres Budget und zockt gerne Singleplayer-Spiele und legt dabei sehr viel Wert auf eine gute Optik bzw. Grafik, sollte man ganz klar zu einem VA-Panel greifen. Aber auch wenn du Creator bist und den Monitor für die Bild- und Videobearbeitung nutzt und nicht über das Budget verfügst, dir einen guten IPS-Panel zu kaufen, solltest du auf ein VA-Panel zurückgreifen. Spielt Geld hingegen gar keine Rolle und nutzt man seinen Monitor nicht nur fürs Gaming, sondern auch für kreative Design-Anwendungen, kann sich der Aufpreis eines IPS-Panels durchaus lohnen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video einen kleinen Überblick über die verschiedenen Panel-Technologien geben, sodass du jetzt ganz genau weißt, welcher Panel-Typ am besten zu deinem persönlichen Nutzerprofil passt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welchen Panel-Typ ihr gerade verwendet, VA, TN oder doch IPS? Ich bin auf jeden Fall mal gespannt auf eure Antworten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch jetzt den Kanal. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin raus, ciao!